Ah, Verteidigung. Ich hab keinen Bock auf Defense. Du musst wohl Defense machen, du Jude. Ja, komm. Ja, ich weiß, du ausschließlich. Oder soll ich? Ah, ich will aber auch Bastion. Ich spiel Bastion. Ja, ich spiel Bastion. Critz Offer, okay, Minions. Nein, verpiss dich, ich will nicht mit Minions reden. Ja, kann ich verstehen. Minions ist so ein überbewetteter Film. Zumindest geboten. Ich hasse Illumination Studios im großen Ganzen. Ich hasse die Minions einfach. Die gefallen ihnen nicht. Ich weiß nicht, warum alle die so witzig finden. Nein, scheiße. So. Fuck you. Ist auch der Meinung, dass... Oh, fuck my life. Oh, fuck my life. Okay. Äh... Wollen wir es nicht einfach aufgeben? Nein. Nein, ich habe Lucia noch da auch. Wir haben Somba gekriegt, okay. Gut, dass Lucia und du da sind. Oh, fuck my life. Okay. Aufgeben. Irgendwo ist hier ein Somba. Da ist ne Tracer. War ne Tracer. Da ist ne Tracer. War ne Tracer. Und... Und Winston. Und... Smasher. Ah ja. Mich wurde ja gehackt. Wann ist eigentlich Halloween? Ah, ich habe keine Ahnung warum. Ich will diesen scheiß Roadhog Skin haben. Nein, im Oktober. Ich weiß, im Oktober ist Halloween. 31. Oktober, oder? Ich... Oktober auf jeden Fall 31... Weiß ich nicht. Weißt du noch früher als äh... Als Halloween dir noch was bedeutet hat? Und heute bist du einfach so relativ erwachsen und denkst dir einfach so... Warum... Warum lohnt es sich noch? Warum existiere ich überhaupt? Wenn der Roadhog Halloween Skin bei dir eine... existenzielle Krise auslöst... Dann bist du an einem falschen Ort. Du weißt schon die... Die, die Horror... Ein bisschen... Ein bisschen... Ein bisschen von... Stalingrad... Ein bisschen... Keine Ahnung, gibt es einen Minecraft Film? Sonst hätte ich jetzt einen Minecraft Film genommen. Es gibt... Ah, warte... Ah, warte... Es gibt sowas, das wurde aber fanmated. Ja, kein Wunder. Du willst mir jetzt hier sagen, dass es... Also... 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 Also wenn es ein Minecraft Film geben würde, dann legit gemeint wurde von den... Von den Typen da, ne? Also... Ich würde ihn... Ich würde ihn mir sowas von geben. Also... Ich würde ihn mir geben, aber... Aber dann hätte die Menschheit wirklich alles gesehen. Ja, ja. Also... Ganz ehrlich... Wieso tust du sowas, Tracer? Tracer, warum bist du so gemein? Was ist das für eine Scha... Was ist das? Ich bin gerade aus dem Spawn gekommen. Ja, okay, jetzt... Jetzt geh ich mehr. Meine Fresse, was ist los, Alter? Ja, okay, Gott ist tot. Das ist so brutal, Alter. Warum ist May so krass brutal? Was? Ja! Oh, Baby! Ich... Bin... DVA-Man. Eindeutig. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass du DVA-Man bist und halt immer noch... Immer noch kein Highlight-Intro für DVA hast. Das ist... Super. Ja... Alter, das ist ein Selfie-Info, ne? Ich bin... Ich hasse mich dafür, dass ich das nicht habe. Ich finde das so geil. Nein. Das ist ja f***'n, Alter. Warum kann das nicht so gut kommen? Ich hab das. Ich hab das. Steck dich. Oh f***. Ah, irgend... Ja, Mensch. Ah, Geralt von Rewes ist uns beigetreten, ja. Oh boy. Warte, 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 warte. Ja, oh f***. Ach, warte, ich breche ab, ich breche ab. Oh, ich hab den Platz immer für Sword of 76. Ah, der ist nicht cool. Ist doch nicht... Daniel, lad mal Dominic ein. Oh, mach es. Hallo? Hallo, Dominic. Hallo? 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 Howdy? 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 Wer hat der doch grad gesagt? Ganz oft Angriff auf... Angriff mit Torpyr. Immer Angriff? Was... Was glaubst du eigentlich hier? Oh, warte, die Map da... Da nehm ich mal den fetten Wichser. Leute? Leute? Komm schon, den Lucio, du anderer Spieler. Oh, ich hab jetzt auch das Süß-Spray. Baby, komm. Komm, Ekri, mach Süß-Spray. Was muss man dafür machen? Was muss man dafür überhaupt machen? Für Roadhogs? Ja. Da muss man vier Leute mit der Ultra töten. Ah, ah. Soll ich dir mal die Story erzählen, wie ich das geschafft hab? Ja. So, ich... heute, ne? Gerade eben. Ja. Ich spiel so eine Runde Overwatch. Und dann... Dann endet halt so die Runde und ich hab halt meine Ultra. Ich setz meine Ultra ein, ne? Und als dieser Slow-Man-Effekt kommt, hau ich so vier Leute von so einer Ecke herunter und krieg noch irgendwie das Cheatment. Ja, ich will mir 20 holen. Also für 20 Euro will ich mir Lootboxen holen. Oh. Ohne Scheiß. Ich hab locker schon 14, 15 von diesen scheiß Lootboxen geöffnet, hab aber immer noch kein Skin bekommen. Das ist so ein Bullshit. Gar kein Skin? Noch gar kein Skin? Noch gar kein Skin? Ich hab Hansus. Ich hab Hansus. Ich glaub, ich hab Hansus und auch Männich. Hättest du jetzt gesagt, dass du noch... dass du noch mehr hattest, ne? Ich glaub, dann hätt ich dich sofort... Ach ja, ich hab noch... ich hab noch hier Symmetras. Nein, den hab ich nicht, den hab ich nicht. Oh, ich war kurz davor, dich aus der Party zu kicken. Aber heute Morgen... Oh, fick dich Bestchen. Fick dich, wieso tust du... Ach, Junge. Ich hab ja Süß also bekommen. Pink, äh... Pink hat mir übrigens grad geschrieben, Daniel. Was hat er geschrieben? Girl? Weil ich hab ja so geschrieben... You're a Grill Gamer. So ein richtig gebrochenen Englisch. Ach ja, guck mal, äh... Dominic, guck mal, was du so auf die Säule gesprayt hast. Wenn du gleich stirbst. Wenn du gleich stirbst. Nein! Ist der geistig behindert? Ja. Der, äh... Bastion. Nein! Mann! Mann! Fick dich! Ah, passt mal. Ultimate kommt. Dominic, auch so tanzen. Uh! Nein! Ich suche grad das Playstation-Hitzen von Daniel. Weil bei Daniels Zimmer kann man nichts finden. Und deswegen tanze ich grad. Ach so, ja. Du weißt, dass dir das nicht hilft vom gekickt werden, ne? Wenn du tanzt... Oh. Oh, besten Dank. Ja. Er ist wieder von der Big Move. Stell dir mal vor, jemand tanzt. Ich hab hier so'n Gammelhänze. Ich hab hier so'n richtiges Gammelhänze, das tut ihm in den Ohren voll weh. Kannst du aufhören? Ich geh kurz weg. Und sie weiter. Geh weg. Verschwinde. Ah, fuck, fuck, fuck. Komm, 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 komm. Ja, wir... RIP in Peace, Daniel. Ja, Junge, der Bastion war ein... Ja, das wäre egal. BDA oder... Agwunta Garna, wist ihr. Prviet. wosko priviert wie wir habt ihr russen als freunde nein nein wir sind keine freunde zum glück bin ich ja bulgare zum glück bist du slovakon slovakan keine ahnung slovakai slovakke slovakke genau die slovakke daniel ja wenn wir in deutschland mit euros bezahlen warum bezahlen wir in afrika nicht mit das ist das mal das ende somebody once told me the world is gonna roll me i ain't the sharpest tool in the shed she was looking kind of dumb with her finger and her thumb and the shape of an l on her forehead